Hallo, ihr Eisbären. Hier ist nochmal die Frau Seibert. Heute melde ich mich aus dem Wald. So, und jetzt drehe ich mich mal langsam. Da seht ihr den Lars, diesmal auch stehend. Und, nee, Moses setze ich mal nicht hin. Ach, jetzt sitzen sie beide. Na gut, so, da ist sein Kumpel, der Moses. Und ich verrate euch das Gewicht vom Lars noch nicht, sondern gebe euch einen Tipp. Guckt mal die beiden Hunde an. Und der Moses, der wiegt 22 Kilo. Jetzt musst du nur überlegen, wer von den beiden ist schwerer und wie viel könnte dann der Lars wiegen. Viel Erfolg!